Und hier ist wieder Ihr Peter Hirschmann am Mikrofon. Traurig aber, die Valigierten haben mit ihren schmählichen Kumpenangriffen unsere gesamte Schallplanung zerstört. Wir wissen, dass die einzige Partner, die wir letztendlich haben, die Hauptnahme von dem Film Demonek und zu einem Gänse-Schritts-Orchester, einer der von unseren Kürer am meisten verliehsten von den Kaffee. Das Lied, das wir spielen werden, wird natürlich der von dem Italienischen Kaffee aus, mit einem Schakino-Kartiker, auf der Straße, da, in Berlin, und weiter. Wir wählen diese Blitze, aber in Berlin, auch am Spiel mit der Feind Windel und Gnade vor uns, auf die Knie fällt, auf der Straße nach Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 LKW. muss muss. Nachladen. Das war's für heute. Das war's für heute.